Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich begrüßen, heute live aus der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Ganz besonders möchte ich meine Freundinnen und Freunde von der Hatscheteppe Universität in Ankara grüßen, sowie die österreichischen Lehrkräfte, die im Verband der Chemielehrkräfte Österreichs organisiert sind. Ich weiß nämlich, dass viele Zusehern werden heute. Ja, das heißt, ich muss sagen, hallo, merhaba und servus, selbstverständlich. Meine Damen und Herren, ich möchte meinen Vortrag mit einem kleinen Experiment beginnen und gleich damit eine Frage an Sie verknüpfen. Hierzu habe ich Folgendes vorbereitet. Sie sehen hier unten zwei fluoreszierende Lösungen und zwar eine unter UV-Licht gelb und eine unter UV-Licht blau fluoreszierende Lösung. Und nun meine Frage, die jeder aufgrund des heutigen Online-Formates natürlich nur für sich selbst beantworten kann. Ist ja dann jemand, sitzt neben ihm auf dem Sofa vor dem Computer, dann können Sie ja kurz diese Frage diskutieren. Die Frage lautet, welche Farbe hat die Fluoreszenz, wenn ich beide Lösungen mische? Antwort gefunden? Gut, dann schauen wir mal, ob sie richtig liegen. Dazu habe ich hier schon vorbereitet eine blau fluoreszierende Lösung aus dem von Ihnen gesehenen linken Fläschchen. Und nun gebe ich etwas von der gelb fluoreszierenden Lösung hinzu. Und ich hoffe, dass Sie schön erkennen können, ja, dass die Lösung nun weiß fluoresziert. Nun, wir haben viele Studierende, aber auch Schülerinnen und Schüler in unseren Lernlaboren befragt, welche Fluoreszenzfarbe Sie denn erwarten würden. Und die überwältigende Mehrheit hat darauf getippt, dass man eine grün fluoreszierende Lösung erhalten würde. Hand aufs Herz, meine Damen und Herren, was hätten Sie denn gedacht? Nun, diese fehlerhafte Vermutung ist aus meiner Sicht relativ leicht zu erklären, denn die Studierenden und Schüler haben das Prinzip der subtraktiven Farbmischung auf dieses Experiment anwenden wollen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn dieses Prinzip haben Sie, wenn auch nicht unter dieser Bezeichnung, fest verinnerlicht, da Sie es zum Beispiel vom Mischen der Tuschkastenfarben her kennen. Bei der subtraktiven Farbmischung wird ein Teil des Lichts durch Farbfilter oder eben Pigmente subtrahiert, beziehungsweise ausgeblendet oder eben adsorbiert. Ja, das heißt, dieser Teil des Lichts wird vom ursprünglichen Licht subtrahiert, daher auch der Name und das restliche Licht bildet dann eine Mischfarbe. Das heißt also, eine subtraktive Farbmischung liegt immer dann vor, wenn der Farbeindruck durch nicht selbstleuchtende Körper, wie eben den Tuschkastenfarben beispielsweise, hervorgerufen wird. Schon allein die drei Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb reichen aus, um alle erdenklichen Farben nach diesem Prinzip zu mischen. Demgegenüber aber handelt es sich bei dem Experiment um eine additive Farbmischung. Eine additive Farbmischung liegt immer dann vor, wenn Licht aus verschiedenen Lichtquellen vermischt wird, beziehungsweise überlagert wird. Das heißt also, der Farbeindruck resultiert dann aus den verschiedenen Farben der Lichtquellen, beziehungsweise deren Intensität. Die drei Grundfarben der additiven Farbmischung sind Rot, Grün und Blau. Man muss eigentlich sagen Blau-Violett, denn nach internationaler Norm handelt es sich hierbei um monochromatisches Licht, der Wellenlängen 700 Nanometer für Rot, 546 Nanometer für Grün und 435 Nanometer für Blau. Und da sind wir eben schon ein bisschen in dem Blau-Violetten-Bereich. Werden diese in geeigneter Helligkeit addiert, das können Sie auch dem Schema entnehmen, dann entsteht der Farbeindruck Weiß. Rot und Grün ergeben den Farbeindruck Gelb-Blau und Rot-Magenta sowie Grün und Blau den Farbeindruck Cyan. Und somit ist auch verständlich, warum wir hier bei dem Gemisch eine weiße Fluoreszenzfarbe erhalten. Eine Frage muss ich noch beantworten, nämlich die, was sind das denn hier nun für Lösungen, die ich für das erste kleine Experiment verwendet habe. Das zeigt Ihnen auch die nächste Folie. Bei der gelb fluoreszierenden Lösung handelt es sich um eine ethanolische Eosinlösung, bei der blau fluoreszierenden um eine ethanolische Pyraninlösung. Die Strukturformeln können Sie der Folie entnehmen. Beide Lösungen habe ich übrigens aus Alltagsprodukten hergestellt. Bei der blau fluoreszierenden Lösung habe ich überraschenderweise einen gelben Textmarker verwendet. Und bei der rot fluoreszierenden Lösung, das sehen Sie später noch im Bild, habe ich einfach rote Tinte der Firma Lamy genommen, die eben den Farbstoff Eosin Y enthält. Als Lösungsmittel dient handelsüblicher Brennspiritus. Ja, die folgende Folie zeigt dann nochmal die Emissionsspektren, ja, die ich aufgenommen habe von diesen beiden Lösungen. Und Sie sehen einmal klar im blauen Bereich und einmal, ja, bei Eosin Y etwas im grün-gelben Bereich. Aber das betrifft ja nur das Maximum. Nun, meine Damen und Herren, die additive Farbmischung ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis der uns umgebenden Welt. Denn bekanntermaßen ist unser Farbensehen eine additive Farbmischung, beruhend auf den drei Zapfentypen in der Retina. Aber auch die Technik macht sich die additive Farbmischung zunutze. Zum Beispiel bei dem auf dem RGB-Raum beruhenden Farbwiedergabeverfahren vieler Computerbildschirme. Die folgende Folie zeigt eine Makroaufnahme eines Computerbildschirms. Und ich denke, hier wird es ganz gut verdeutlicht. Die einzelnen Lichtquellen, die Sie dort sehen in der Makroaufnahme, führen zur additiven Farbmischung, da sie nicht einzeln, sondern eben in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden. Auf diesem Trick, wenn ich das so nennen darf, basiert übrigens, und jetzt kommt es zu einem kurzen Exkurs, ich hoffe, Sie gestatten mir das, eine Stilrichtung der Malerei, der sogenannte Pointillismus. Dieser wurde von Georges Seurat, einem französischen Künstler, begründet und hatte seine Blütezeit so in den Jahren 1890 bis 1910. Er gilt übrigens als Fortführung des Impressionismus. Ja, und was ist das Interessante daran? Das Interessante daran ist, dass diese Stilrichtung kein Zufallsprodukt ist, sondern der Herr Seurat studierte in den 1880er Jahren die neuesten Erkenntnissen zur Farbenlehre. Insbesondere beschäftigte er sich mit den Arbeiten zur additiven Farbmischung und zur Farbwahrnehmung von Maxwell, ja, dessen Arbeiten als Weiterentwicklung der trichromatischen Theorie von Thomas Young, also der Theorie des drei Farbensehens, zu interpretieren sind. Ja, und daraufhin hat Georges Seurat sich überlegt, ein Bild aus einzelnen regelmäßigen Farbtupfern anzufertigen, ja, sodass dann der Betrachter dieses Bildes erst in einer gewissen Entfernung zu einem Gesamteindruck beziehungsweise eben durch additive Farbmischung zu einem Gesamtfarbeindruck kommt. Ein Bild bin ich Ihnen natürlich in diesem Zusammenhang schuldig, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie das richtungsweisen Werk von Georges Seurat mit dem bereits übersetzten Titel Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte. Nun kehren wir zurück zum naturwissenschaftlichen Unterricht. Aufgrund der beschriebenen Bedeutung ist das Thema additive Farbmischung Bestandteil der Bildungspläne der naturwissenschaftlichen Fächer, eigentlich aller naturwissenschaftlicher Fächer. Naturgemäß wird dieses Thema dann natürlich in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Klassenstufen thematisiert. Im Physikunterricht beispielsweise ist die additive Farbmischung ein Unterthema im Bereich Optik der Klassenstufe 7. In der Biologie ist das Thema in der Sekundarstufe 2 bei der Erklärung des Lichtsinnes, also der Bereich der Neurophysiologie. Und in der Chemie findet man die additive Farbmischung häufig in Kapitel zum Thema Farbstoffe oder kontextorientiert. Hier sei ein Kontext, ein besonders schöner Kontext erwähnt, der nämlich im Buch Chemie 2000 und Plus von Michael Tausch aufgeführt ist. Dieser Kontext lautet vom Blattgrün zum Farbmonitor und da findet die additive Farbmischung ihren Platz. Nun die aufgeführten Modellexperimente sind in der Regel physikalischer Natur. Beispielsweise versucht man die additive Farbmischung durch die Überlagerung eben von LED-Strahlern, so wie ich das hier nachgestellt habe, zu demonstrieren. Oder Sie kennen vielleicht auch den Farbkreise. Nun ausgehend von diesem ersten einfachen Experiment, das ich übrigens zufällig im Labor beobachtet hatte, bei ganz anderen Arbeiten, habe ich die Idee entwickelt, die additive Farbmischung mit Hilfe von fluoreszierenden Lösungen zu demonstrieren. Und dabei sollten die Experimente kostengünstig sein, also möglichst aus Alltagsprodukten hergestellt werden können und am liebsten oder am besten eben auf wässrigen Lösungen basieren, damit das eben auch leicht als Schülerexperiment durchgeführt werden kann. Das heißt also, ich brauche eine rote, eine grüne und eine blau-violett oder blau-fluoreszierende Lösung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ich möchte Ihnen mal zeigen, wie ich die grün-fluoreszierende Lösung dann gewonnen habe. Und zwar konnte ich hier wieder den gelben Textmarker verwenden, der Pyranin enthält, mit dem ich ja die blau-fluoreszierende Lösung hergestellt habe. Wie funktioniert das Ganze? Nun, ich habe hier einfach eine Folie ausgeschnitten, einen Folienstreifen. Den bemale ich jetzt einfach mit dem Textmarker ein wenig. So. Und dann stelle ich diesen Streifen hier in das Becherglas und spüle den Streifen mit Wasser ab. Und fertig ist die grün-fluoreszierende Lösung. Ich denke, meine Damen und Herren, einfacher geht es nicht. Ich möchte kurz darauf eingehen, warum diese Lösung jetzt in Wasser grün-fluoresiert und anfangs in Ethanol-Blau. Das sehen Sie auf der folgenden Folie. Und zwar beruht das Ganze auf folgenden Effekt. Hier sehen Sie die Struktur von Pyranin. Auf der linken Seite haben wir die protonierte Form. Sie sehen das erst mal polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff. Und links unten sehen Sie die OH-Gruppe. Und diese OH-Gruppe, die Hydroxygruppe, kann reversibel deprotoniert werden. Und das hat enorme Auswirkungen auf die Eigenschaften einer solchen Lösung. Während in der protonierten Form die Lösung bei Tageslicht farblos ist, unter UV-Licht aber blau-fluoresiert, ist das in wässriger Lösung dann bei der deprotonierten Form ganz anders. Dort ist die wässrige Lösung gelb und fluoresiert, wie Sie es ja auch hier sehen konnten, unter UV-Licht grün. Ja, woran liegt jetzt das, dass das Gleichgewicht einmal so liegt und einmal weiter rechts liegt? Nun, es liegt einfach daran, dass Ethanol natürlich eine viel schwächere Brünstedt-Base ist als Wasser, sodass in Ethanol das Gleichgewicht auf der linken Seite liegt und umgekehrt in Wasser dann auf der rechten Seite. Sie ahnen es schon, dass man das Gleichgewicht natürlich auch verschieben kann durch Ansäuern. Das wird später im Vortrag nochmal eine Rolle spielen. So, jetzt haben wir die grün-fluoresierende Lösung. Jetzt fehlt uns noch die blau-fluoresierende Lösung. Und das möchte ich Ihnen auch mal demonstrieren, wie ich diese Lösung gewonnen habe. Dazu konnte ich wieder auf Alltagsprodukte zurückgreifen. Und zwar einmal auf Power Rate Wild Cherry und Power in Färber Intensiv von Heidmann. Ja, bei so viel Power kann gar nichts mehr schief gehen. Ich möchte das Ganze in zwei kleinen Teilexperimenten demonstrieren. Ich habe hier schon ein Rollrandgläschen abgefüllt mit etwas Power Rate Wild Cherry Lösung. Und hier habe ich ein wenig vom Power in Färber in das Rollrandgläschen gefüllt, weil es einfacher ist, jetzt hier eine Stoffportion zu entnehmen. Wenn ich das Ganze jetzt zusammengebe und vermische, dann sehen Sie, die Lösung entfärbt sich. Okay, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was hat das mit einer blau-fluoresierenden Lösung zu tun? Nun, wir machen das Ganze mal unter UV-Licht. Und jetzt bitte ich den Raum etwas zu verdunkeln. Hierfür, weil die Fluoreszenz etwas schwächer ist, benötige ich die UV-Handlampe. Hier habe ich wieder die Power Rate Lösung. und jetzt gebe ich ein wenig Power in Färber hinzu und bewege die Lösung. und ich hoffe, Sie können erkennen, dass die Lösung nun blau-fluoresiert. Das ist natürlich in einem verdunkelten Raum noch ein wenig besser zu erkennen, als jetzt hier quasi unter Studio-Bedingungen. Ah ja, jetzt haben wir den Effekt ein bisschen besser. Könnten wir noch mal ganz kurz das Licht ausmachen? Entschuldigung. Das ist sehr nett. Danke sehr. Ich hatte ein wenig zu wenig von dem Power in Färber zugegeben. Das heißt, ich hatte zu wenig Power, meine Damen und Herren. Gut, jetzt hatte ich die blau-fluoresierende Lösung. Ein kurzer Blick darauf, was hier chemisch abgelaufen ist, zeigt die nächste Folie. In dem Power Rate Wild Cherry ist nämlich ein schöner Azo-Farbstoff enthalten. Das freut natürlich jeden Chemiker. Azo-Rubin ist es. Und Power in Färber enthält bis zu 30 Prozent, also Massenanteil, Natrium-Detionid. Und ja, das Natrium-Detionid ist ein starkes Reduktionsmittel und das sorgt dafür, dass der Farbstoff Azo-Rubin an der Azo-Gruppe reduktiv gespalten wird. Dabei entsteht dann unter anderem 4-Amino-Naphtalin-1-Sulfonat, was für die blaue Fluoreszenz verantwortlich ist. Es entsteht noch ein anderes Bruchstück, aber unsere weiteren Untersuchungen, auf die ich nicht eingehen möchte jetzt, haben eben gezeigt, dass 4-Amino-Naphtalin-Sulfonat für die blaue Fluoreszenz verantwortlich ist. Ja, ich sehe gerade, dass ich etwas vergessen habe, aber ich finde es einfach so schön, dass ich es doch noch mal jetzt einschieben möchte. Ja, ich hatte doch vorhin den Textmarker mit dem Pyranin thematisiert. Ja, und gestatten Sie mir, dass ich darauf noch mal zurückkomme, denn Pyranin ist nicht nur im Textmarker enthalten. Ja, ich sehe nämlich gerade, dass hier noch ein Duschgel steht. Balea Man Wake-Up-Call heißt das. Duschgel riecht übrigens sehr gut. Ja, und auch hier drin ist Pyranin enthalten. Das möchte ich Ihnen einfach noch mal demonstrieren. Denn schauen Sie sich das hier mal an, meine Damen und Herren. Wenn ich da ein bisschen was in meine Hand gebe und das Ganze, vielleicht, wenn es gut zu sehen ist, vielleicht sonst noch mal den Raum etwas dunkler machen, bitte. Dann sehen Sie, auch wenn ich etwas weiter weggehe mit der Lampe, genau, und es ist noch besser zu sehen. Ja, eine intensive Fluoreszenz. Ja, das heißt, beim nächsten Disco-Besuch, bitte die Haare gut ausspülen, sonst gibt es unerwünschte Effekte. Ja, und selbst, wenn ich das Ganze abwische, ja, ist es so, und das zeige ich Ihnen ebenfalls noch mal, ja, dass die Hand weiter fluoresziert, ja, ist es wirklich schwer abzubekommen. Ja, war vielleicht doch jetzt nicht so eine gute E-Dame, meine Damen und Herren. Okay, ich habe also eine grün- eine blau-fluoreszierende Lösung, fehlt nur noch eine rot-fluoreszierende Lösung. Und da hat leider meine Suche ergeben, oder meine Suche war erfolglos. Ich habe kein Alltagsprodukt gefunden, das einen rot-fluoreszierenden Farbstoff enthält. Es gibt aber eine Alternative, die ich Ihnen anbieten kann, und zwar eine Lösung, die ich mithilfe dieses Stabilo-Textmarkers erstellt habe. Ja, Luminator XT, Pinkfarben muss er sein. Hier sehen Sie die wässrige Lösung bei Tageslicht. Die Herstellung erfolgt analog der Herstellung der grün-fluoreszierenden Lösung, indem ich einfach eine Folie bemalt und abgespült habe. Ja, und das Ganze auch im dunklen Raum jetzt bitte einmal anschauen unter UV-Licht. Und Sie sehen, dass diese Lösung, wie ich finde, wunderschön orange-rot fluoresziert. Und für die Mischversuche ist das völlig ausreichend. So, jetzt haben wir alle Lösungen zusammen. Ich habe übrigens noch mal mit der Firma Stabilo Kontakt aufgenommen. Die haben im Prinzip nur meine Vermutung bestätigt, dass hier Rhodamin-Farbstoffe enthalten sind. Sie wissen vielleicht noch, das sind diese kationischen Farbstoffe, die sowohl eine Xanthen- als auch Trifenyl-Methan-Struktur aufweisen. Ich denke, der bekannteste Vertreter ist Rhodamin-B, eine problematische Substanz, die aber leider in dem einen oder anderen importierten Lebensmittel hin und wieder aufzufinden ist. So, jetzt haben wir alle Lösungen im Prinzip zusammen, um die Mischungsversuche zu machen. Und ich möchte Ihnen dazu zwei kleine Filmclips zeigen. Und zwar, ja, im ersten Filmclip mische ich, ruhig den Film ablaufen lassen, bitte, mische ich eine orange-rote und die blau fluoreszierende Lösung unter UV-Licht bereits. und wie Sie sehen, ergibt sich eine magentafarbene Fluoreszenz. Ja, das sieht sehr schön aus, so zumindest mein Eindruck, ist aber vielleicht noch nicht so ganz überraschend, denn auch bei der subtraktiven Farbmischung mit den Tuschkastenfarben haben wir ja aus blau und rot so einen lila Farbton. Deshalb, ja, gucken wir uns noch mal einen weiteren Versuch an auf der nächsten Folie. Film starten, bitte. Dort mische ich die grün fluoreszierende mit der orange-rot fluoreszierende. Und wenn Sie das Schema noch im Kopf haben, dann müssten Sie wissen, welche Zielfarbe jetzt eigentlich herauskommen müsste. und Sie sehen tatsächlich gelbe Fluoreszenz, ja, und ich muss sagen, ich bin selbst immer wieder überrascht, da sieht man mal wieder, wie sehr dieses Konzept, dieses Prinzip der subtraktiven Farbmischung in uns drin steckt, ja, dass wir das einfach nicht so erwarten. Nun, ich habe dann weitere Mischversuche unternommen, das Ergebnis sehen Sie dann auf der folgenden Folie, ja, in Analogie zu den sich überlagernden Kreisen rechts unten in der Ecke nochmal aufgeführt. Sehen Sie hier in den Ecken des gedachten Dreiecks die drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau. Auf den Seitenmitten des gedachten Dreiecks die jeweiligen Mischfarben, ich glaube, Cian fehlte noch, und in der Mitte dann ein Gemisch aus den drei Grundfarben, was wiederum einen weißen oder sagen wir mal weißlichen Farbeindruck ergibt. Das Ganze sehen Sie im nächsten Bild nochmal aus anderer Perspektive. Ich denke, da sind die Unterschiede zwischen den Mischfarben besonders gut zu sehen. Ja, meine Damen und Herren, wer nun doch nicht auf eine wirklich rot fluoreszierende Lösung verzichten möchte, dem kann ich noch eine Alternative bieten. Das zeigt die folgende Folie und zwar handelt es sich hierbei um den Farbstoff Nilrot, einen Laserfarbstoff. Ja, rechts sehen Sie die Strukturformel. Der fluoresziert nun richtig schön rot, aber nur in Ethanol. Ich habe natürlich auch etwas von dem Farbstoff dabei und wir schauen uns das mal an. Vielleicht, wenn wir es etwas dunkler machen, ist es besser zu erkennen. Danke sehr. Ja, ich denke, Sie sehen hier die rote Fluveszenz. So, vielleicht nochmal hier drunter. Darf ich nochmal unten hinstellen, weil es gerade so ein bisschen orange-rot erschienen im Kamerabild. Ja, noch etwas weiter rüber mit der Kamera, bitte. Könnten Sie noch ein ganz bisschen rüberfahren? Das ist noch nicht im Bild. Ja, es sieht tatsächlich noch ein bisschen roter aus bei der direkten Ansicht hier live vor Ort, meine Damen und Herren. Ja, allerdings handelt es sich hierbei um eine ethanolische Lösung. Ja, als blau fluoreszierende und grün fluoreszierende können wir jetzt leider die anderen Lösungen nicht verwenden, weil die waren ja wässriger Natur und die Fluoreszenz von Nil-Rot wird in Gegenwart von Wasser gelöscht. Ja, aber auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, es dennoch mit dem schönen Nil-Rot zu realisieren. Sehen Sie auf der folgenden Folie. Als blau fluoreszierende Lösung nehme ich dann einfach wieder die ethanolische Pyranidenlösung. Ja, Sie erinnern sich an den Versuch zu Beginn. Ja, und als grün fluoreszierende eignet sich eine ethanolische Uranin-Lösung. Uranin, das Dinatrium-Salz des Fluoreszins. Ja, und auch da kann man auf ein Alltagsprodukt zurückgreifen, denn Uranin ist reichlich in Badeperlen vorhanden, beispielsweise in Badeperlen stressfrei, der Firma Kneipp. Darüber habe ich auch schon mal in einem früheren Vortrag berichtet. Vielleicht haben Sie ja davon Kenntnis. Ja, meine Damen und Herren, die additive Farbmischung ist nun erarbeitet. Ja, das Studium von Schulbüchern hat mir gezeigt, dass die Aufgaben, um diesen Themenkreis zu üben und zu vertiefen, häufig theoretischer Natur sind. Da Experimente in Aufgaben zahlreiche Vorteile mit sich bringen, habe ich mir überlegt, ein Experiment zu kreieren, auf das dann die Schülerinnen und Schüler ihr erworbenes Wissen anwenden müssen. Und dieses Experiment möchte ich Ihnen ebenfalls einmal vorführen. Und zwar habe ich vorbereitet hierzu ein Gemisch aus einer ethanolischen Pyranin und einer ethanolischen Nilrotlösung. Ja, und ich hoffe, dass Sie erkennen können, dass diese Lösung einen Magenta-Farben fluoressiert. Ja, ich stelle mal kurz zum Vergleich noch die Ausgangslösung dazu. Und ich denke, dann kann man den Unterschied ganz gut erkennen. Ja, genau, vielen Dank. So, und jetzt kommt das Experiment, meine Damen und Herren. So, jetzt muss ich tatsächlich erstmals auch meine Schutzbrille aufsetzen, denn ich versetze diese Lösung mit Natriumhydroxid. vielleicht machen wir dann das Licht auch wieder etwas dunkler. und jetzt bewege ich die Lösung. Ich denke, es ist sehr schön, im Bild zu sehen, dass die Lösung nun gelb fluoressiert. Ja, meine Damen und Herren, wie ist das nun zu erklären? Nun, Schülerinnen und Schüler entwickeln hierzu unterschiedliche Hypothesen, wie unsere Befragung gezeigt haben. Beispielsweise vermuten sie, dass vielleicht eine ethanolische Natriumhydroxidlösung gelb fluoressiert und die anderen Fluoreszenzen überstrahlt. sicherlich eine sinnvolle Vermutung. Weitaus häufiger wird formuliert, dass die rote Fluoreszenz sich verändert hin zur gelben und die blaue auch hin zur gelben, sodass wir am Ende halt insgesamt eine gelbe Fluoreszenz haben. Wenn sie aber das Prinzip der additiven Farbmischung anwenden, dann ist noch eine andere Hypothese möglich. Denn die gelbe Farbe ergibt sich ja aus einem Gemisch aus grüner und roter Fluoreszenz. Die rote Fluoreszenz haben wir ja von dem Nilrot. Dann könnte es ja sein, dass die blaue Fluoreszenz von Pyranin sich verändert hat unter dem Einfluss von Natriumhydroxid hin zu einer grünen Fluoreszenz. Denkbar ist natürlich auch, dass die sich verändert hat zur roten und die rote Fluoreszenz hin zur grünen. Es ist aber etwas abwegiger. Letztlich laufen all diese Hypothesen darauf hinaus, dass wir folgende Überprüfung machen müssen. Einmal die Fluoreszenz einer Ethanolischen Natriumhydroxid Lösung überprüfen. Ich sage Ihnen mal, das fluoresziert nicht. Machen wir nicht. Die andere Untersuchung lautet, dass wir die Fluoreszenzen getrennt voneinander untersuchen müssen. Einmal müssen wir Nilrot versetzen mit Natriumhydroxid und das andere Mal müssen wir die Pyraninlösung getrennt mit Natriumhydroxid versetzen. Das möchte ich Ihnen ebenfalls live vorführen. Hier ist noch ein Wassertropfen drin. Das wäre nicht gut für die Fluoreszenz von Nilrot. Hier haben wir die Nilrot-Lösung. Wenn wir es etwas dunkler machen, ist es besser zu erkennen, ob sich etwas tut. Danke sehr. Warten wir noch mal ein bisschen ab. Aber ich kann Ihnen sagen, dass da nicht so viel passiert. Nehmen wir jetzt als nächsten Versuch die Pyraninlösung und jetzt geben wir dazu etwas Natriumhydroxid. Dann sehen Sie bei der Zugabe schon so grüne schlieren. Lassen wir das ruhig ein paar Sekunden stehen. Bevor ich das dann einmal schüttle. Und Sie sehen tatsächlich eine strahlende grüne Fluoreszenz. Und das ist die Ursache gewesen für den Farbwechsel von der magentafarbenen Fluoreszenz hin zur gelben Fluoreszenz, wenn ich das Gemisch von Nilrot und Pyranin in Ethanol vorliegen habe. Eine Frage möchte ich noch beantworten. Und die wird von den Schülern auch häufig gestellt. Wenn ich jetzt diese gelbe Fluoreszenz habe, die wir gerade gesehen haben, nach Zufügen des Natriumhydroxids, geht das Ganze auch umgekehrt. Dazu betrachten wir einmal ganz kurz noch eine Erklärung auf auf der nächsten Folie für die Veränderung der Fluoreszenz. Und Sie sehen, das kennen Sie schon, das ist das Pyranin-Gleichgewicht. In Ethanol liegt das Gleichgewicht auf der linken Seite. Und wenn Sie sich das anschauen, ist klar, wenn man Hydroxidionen dazugebt, dass es zur Deprotonierung führt und das Deprotonierte oder Pyranin in der deprotonierten Form gebildet wird, was dann die grüne Fluoreszenz verursacht. Geht auch der umgekehrte oder kann man die so verändern durch Zugabe von irgendetwas, dass es wieder Magenta-Farben fluoresiert? Die Antwort ist natürlich, man muss Säure zugeben. Das Ganze möchte ich Ihnen einmal zeigen. Und zwar habe ich da einen kleinen Filmclip vorbereitet. Und bitte Film starten. Die Frage ist, was muss man dazugeben? Wenn man jetzt eine normale Säure hinzugibt, dann hat man das Problem, dass man zu viel Wasser hat und die Fluoreszenz von rot gelöscht wird. Das heißt, wir müssen eine wasserfreie Säure hinzugeben und hier ist Eisessig geeignet, wie Sie auch jetzt im Film sehen konnten, für das dann quasi zur Umkehrung dieser Reaktion. Wenn man jetzt Salzsäure, wässrige Salzsäure hinzugibt, hat man noch einen interessanten Effekt, dann fluoresziert die Lösung blau. Warum? Man verschiebt das Gleichgewicht, gleichzeitig kommt Wasser hinzu und die Fluoreszenz von rot wird gelöscht. Auch ein interessantes Phänomen, aber in dem Zusammenhang jetzt nicht relevant. Ja, meine Damen und Herren, ein Blick auf die Uhr zeigt, dass ich mein Abschlussexperiment vorbereiten muss. Ja, dieses Abschlussexperiment ist eigentlich eine Fortführung eines anderen Experiments, das Sie vielleicht alle kennen, der sogenannte Fluoreszenz-Springbrunnen, den ich schon vor einigen Jahren entwickelt habe. da jedoch wir gleich eine kleine Wartezeit haben, habe ich das getauscht, ich setze diesen Versuch erstmal an und dann gucken wir uns mal gleich einen kleinen Filmclip an zu dem originären Experiment. So, wenn wir das noch einmal dunkel machen, dann können wir hier die Vorbereitung sehr gut verfolgen. Folgendes mache ich jetzt hier, ich habe hier eine Kristallisierschale mit Wasser und gebe nun ein Milliliter meiner Lamy-Tinte hinzu. Das heißt, ich habe hier eine wunderbare Fluoreszenz, ja, in wässriger Lösung sieht das eher so grün-gelb aus. So, das rühre ich einmal um. So, und jetzt mache ich folgendes. Ich gebe zwei Milliliter vier Molare Salzsäure hinzu. So, das rühre ich gleich noch um. Wo ist mein Glasstopp? Da habe ich noch einen Ersatz. Aber Sie können schon sehen, was passiert. Die Fluoreszenz wird gelöscht. Und nun, meine Damen und Herren, stelle ich mal die UV-Lampe hier vor, weil die Schale mit der Flüssigkeit ist jetzt nicht ganz so relevant. und jetzt habe ich hier vorbereitet einen Glaskolben, in dem sich Ammoniak befindet. Und jetzt werde ich den Stopp abnehmen und austauschen gegen einen Durchbohrten Stopp mit einem eingeführten Glasrohr. und das Ganze dann in die Flüssigkeit eintauchen. Soweit, so gut. Und wir kennen ja alle den Springbrunnenversuch, meine Damen und Herren. Das dauert ein bisschen, bis die Flüssigkeitssäule angestiegen ist. Und ich möchte die Zeit nutzen, Ihnen den angesprochenen Fluoreszenz-Springbrunnenversuch noch einmal im Filmclip zu zeigen. Das sehen Sie auf der nächsten Folie. Starten Sie bitte den Film. Und die andere Kamera ist die ganze Zeit auf das Versuchsgeschehen gerichtet, auf der rechten Seite im Bild. Ja, Sie kennen den Springbrunnenversuch vielleicht. Ich habe hier konzentrierte Salzsäure links im Film, die ich bis zum Sieden erhitze und dann werde ich diesen Kolben umdrehen und das Ende des Glasstabes in die Kristallisierschale halten, in der sich eine wässrige Pyranin-Lösung befindet. Und Sie sehen, man hat hier einen wunderbaren Springbrunnen. Die Fluoreszenz ändert sich von Grün nach Blau. Nun, warum ist das so? Das liegt am mehrfach angesprochenen Pyranin-Gleichgewicht. Oben ist aufgrund der konzentrierten Salzsäure die Lösung so stark sauer, dass dort das Gleichgewicht auf die linke Seite stark verschoben wird und wir die blaue Fluoreszenz haben. Nun, das kleine Problem ist, dass dieser Springbrunnen-Effekt nicht darauf beruht, dass sich hier Chlorwasserstoff so gut in der Pyranin-Lösung löst, so wie das bei dem originären Springbrunnen-Versuch der Fall ist, sondern wir haben hier so stark die konzentrierte Salzsäure erhitzt, dass wir auch Wasser verdampft haben und dieses Wasser dann kondensiert. Deshalb funktioniert dieser Versuch auch immer. Und ich habe versucht, mit anderen Farbstoffen den originären Springbrunnen-Versuch zu modifizieren, sodass ich dort einen Fluoreszenz-Effekt habe. Und da bin ich eben auf Eosin-Y gestoßen. Eosin-Y kann man nämlich, oder die Fluoreszenz von Eosin-Y kann man nämlich löschen. Jetzt bitte ich einmal, das Experiment groß aufzunehmen, bitte, denn die Flüssigkeit ist schon angekommen. Ja, und ich denke, Sie wissen leitgeprüft, dass die letzten Millimeter bekanntlich die schwierigsten sind. Aber jetzt ist es soweit. Wunderbar. So, ja, das hat wunderbar geklappt. Ich bin sehr zufrieden, meine Damen und Herren. Ich habe natürlich noch mit weiteren Farbstoffen experimentiert. Zunächst einmal auf der nächsten Folie kurz nochmal genau die Erklärung. Wie ist das beim Eosin-Y? Was passiert hier eigentlich? Eosin-Y kann einmal diese normale Struktur, sage ich mal, die Sie unten rechts sehen, annehmen. Das heißt also die Trifenylamethanstruktur und Zantänstruktur. Und dann kann es einmal im Sauren einen innermolekularen zyklischen Ester bilden. Wir haben dann also einen Lakton vorliegen. In dieser Form fluoresiert es nicht. In der Form unten rechts fluoresiert es. Und das ist genau das, was ich ausgenutzt habe. Die nächsten drei Folien, da klicke ich mal so drüber hinweg. Ich habe natürlich noch mit anderen Farbstoffen gearbeitet. Ja, mit Phloxin-B zum Beispiel hält man einen wunderbaren gelben Springbrunnen. Oder Betanaftol kennen wir von der Azosynthese. liefert analogerweise einen blauen Springbrunnen oder 5-ASA, 5-Aminosalicylsäure. Eigentlich ein Medikament, meine Damen und Herren, gegen entzündliche Darmerkrankungen. Aber eben auch ein Fluoreszenzindikator, der einen wunderschönen mintfarbenen Springbrunnen ergibt. Ja, meine Zeit ist um. Zumindest die Vortragszeit, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Auf dem letzten Bild sehen Sie noch ein interessantes Bild. Die additive Farbmischung lässt sich nämlich auch ganz einfach im Tröpfchenversuch realisieren. Ich möchte mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und wer das Ganze nachlesen will, meine Damen und Herren, dem sei insbesondere meine aktuelle Publikation in der Zeitschrift Chemie in unserer Zeit empfohlen. Seit dem 10. November ist die Publikation online, Early View. Dort sind alle Experimente eigentlich aufgelistet und ich denke, im nächsten Jahr wird dann der Beitrag auch in einem gedruckten Heft erscheinen. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß bei dem weiteren Programm und machen Sie es gut und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder persönlich wieder. Tschüss!